Hallo, ich bin der Al-Hakim Mohamed und ich bin der Geschäftsführer von seopictures.de und wir sind zuständig für professionelle Produktfotos. Was hat sich geändert? Also viel geändert hat sich bei den Richtlinien nicht. Amazon sagt immer noch, dass zum Beispiel das Produkt auf weißem Hintergrund präsentiert werden muss, also keine anderen Farben. Das Produkt muss immer ohne Etiketten, ohne Verpackung, ohne irgendwelche Texte, ohne Wasserzeichen, ohne all diese Informationen. Der Kunde sollte immer sehen, was er gerade verkauft und zwar ohne zulässlichen Schlickschnack. Das ist das Wichtigste, Amazon setzt es aber inzwischen immer weiter durch. Das ist natürlich was anderes, zum Teil in einigen Kategorien wie Home-Deko oder so, wo man zum Beispiel weiß Papasgras verkauft, da nehmen die es zum Beispiel nicht so genau, aber bei Schuhen oder bei Uhren oder bei Schmuck oder bei Kleidung, da ist es zum Beispiel anders, da ist Amazon rigoros, alles was gegen die TOS ist, wird sofort deaktiviert. Bis zum Beispiel. Bis zum Beispiel. Bis zum Beispiel.